Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu The Rift Breaker. Keine Biomasse, das ist ja toll. Schon steigt wieder die Energieversorgung. Schauen wir mal, dass wir vielleicht tierische Biomasse bekommen. Und hier, die geben deutlich weniger. Nicht genug Biomasse. Ah ja, die geben wir mal einiges mehr. Ich habe ein kleines Komete entgegen, die die Atmosphäre nahe zu unserer Position. Es ist sehr vermutlich, dass sie nahe zu unserer Basis landen. Der Komete wird bald auf die Surface. Wir müssen sie unterschreiben. Aber wir nehmen uns noch die Biomasse mit. Oh, da ist er schon. Okay, das ist nicht unsere Basis. Ja, ja, schon am Weg. Schon am Weg. Alter, der hat richtig zuklang. Und damit ist die Biomasse wieder weg. Sowohl pflanzlich als auch tierisch. Okay, das ist nicht die Biomasse. Oh, vielleicht ist bald wieder Tag, dass die Solar-Paneele wieder anfangen. Wow! Explosives Feld hier. Ganz schön viele Klippen hier. Er ist eingeschlagen. Ja, was ist Carbonium-Erz? Toi. Toi. Ich bin begeistert. Wow. Das war es offensichtlich. Okay. Okay. Kaum tierische Biomasse. Gut, jetzt brauchen wir es momentan nicht. Da hält es vielleicht ein bisschen länger. So, jetzt haben wir gleich die Alien-Forschung fertig. So, jetzt geht's. Carbonium-Storage ist voll. Wir sollten mehr Storage-Bilding construir. So. Die letzten Sekunden So, hier brauchen wir noch irgendeine Plasma-Leitung oder so. So, wenn wir schon dabei sind, können wir ja mehr Akkus spawnen. Mehr Energiespeicher. Zehntausend Energie stort einer. Ziemlich heftig. Und ich wette, die lassen sich noch upgraden. Eine neue Technologie hat sich entwickelt. Okay, wir haben alle notwendigen Technologien downloadiert. Dieses Gebäude braucht eine Verkaufung von cleanem Wasser, um zu operieren. Es wäre bestens, sie nahe zu einem Pool of Mood oder Sludge, die wir filtern können. Ah, so passt es wieder nicht hin. Okay, wir müssen ein bisschen das inbauen hier. Entfernen die mal. Ah, die Meat Grinder. Weiß weh, das zu? Weiß weh, das zu? Alien-Research-Laboratory-Konstruktion in Progresse. Fantastisch. Ich kann nicht warten, dass es gebaut wird. Dieses Gebäude wird uns eine ganze neue Reihe anbauen. Wir haben die Möglichkeit, die Möglichkeit zu sehen. Wenn ich eine Basis wie das auf Orion hätte, hätte ich nicht verloren. Wie hat das passiert? Ich bin mir egal, während ich anorex-Krystall suchen. Ich habe eine faszinierende Anomalyse-Klose-Klose-Klose-Klose-Klose-Klose-Klose-Klose-Klose-Klose-Klose-Klose. Ich habe nie gesehen, dass ich so etwas wie das. Ich habe eine Samplein. Ich habe in einer Schleucht-Klose-Klose-Klose-Klose-Klose-Klose-Klose, aber ich habe in einem Recon-Klose-Klose-Klose. Aber wenn ich die Klose-Klose-Klose-Klose habe, ist schalte Musik, das einfach um es durch. Warum of Sie nicht nutzen eine Bio-Klose-Klose-Klose-Klose-Klose-Klose-Klose-Klose-Klose-Klose-Klose? Das waren nur in gerade mit einem prospectusüsten. Okay, lass uns nicht zu emotional sein. Wenn man es aus einer anderen Perspektive sieht, habe ich ein erhöhtes Biomechanismus-Arm-Replacement und noch die Sample. Und es baut und baut und baut. Hoffentlich funktioniert der Wasseranschluss hier, aber ich denke schon. Haben die eigentlich eine Durchflussbeschränkung? Nö, steht jetzt nicht da. Explosionswaffen kommen als nächstes, okay. Unsere Akkus sind wieder so gut wie voll. Ah ja, wir können hier Rift-Portale auch bauen, um schneller irgendwo hinzukommen, falls wir dann mal irgendwo noch einen Außenposten errichten, was sicherlich passieren wird. Weil, ja, nicht passieren müssen. Great. Und von wo kommen die? Von rechts. Turm steht hier, Turm steht da. Verbessern wir das Ganze lieber ein bisserl. Ja. Oh, die waren noch gar nicht abgekriegt. Oh, die waren noch gar nicht abgekriegt. Ja. 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 Das ist wahr. Aber wir müssen auch diese Planeten studieren, um sicherzustellen, dass sie sicher für die Kolonisierung ist. Und um die Dämmung zu dem lokalen Ökosystem von zukünftigen Kolonisten zu minimieren. Minimieren die Dämmung zu dem lokalen Ökosystem ist am Ende der offiziellen Liste der Prioritäten dieser Mission. Aber es steht drauf. Ich bin der einzige Mensch auf dieser Planeten. Ich kann meine eigene Liste der Prioritäten setzen. So. Ähm, Granatwerfer, Raketenwerfer, drei Minen. Okay. Ah, ich denke mal so ein Raketenwerfer ist vielleicht nicht so schlecht. Es ist eine Frage, statt was wir den nehmen. Aber ich würde mal sagen, wir brauchen das kleine Maschinengewehr nicht unbedingt. Danger! An aggressive whore has entered the area. It is less than a minute away. The planetary geomapping procedure is in progress. Calculating coordinates for possible rift jump locations. The process will soon be completed. Orbital Scanner Geomapping procedure finished. We have gathered a lot of very useful information about the planet and found traces of rare elements in multiple locations around the globe. One of Galatea's continents appears to be a barren desert that has been scorched by intense radiation and very intense solar activity. These harsh conditions are most probably caused by the high condensation of radioactive elements like uranium or thorium. Our scans have located a safe rift jump location for an initial scouting mission. Gaining access to uranium would allow us to construct nuclear power plants and some heavy weaponry. This should make surviving on Galatea much easier. The second interesting paradigm is densely covered by acidic clouds of unknown origin. Spectral analysis detected traces of palladium scattered throughout this geographical zone. I have marked a safe rift jump location for initial reconnaissance on the orbital scanner interface. Titanium has been detected in a large zone of intense volcanic activity. The orbital scanner has been providing some strange readings from this area, with temperatures ranging from 800 to 100 Kelvin. On top of that, it is entirely impossible to get any sensible magnetic field readings from this area. We were able to find a safe rift jump location within the volcanic zone. However, you should expect extreme environmental conditions. All of these locations contain extreme environmental hazards and unknown species of creatures. We should upgrade our equipment as much as we can before venturing out into these new biomes. I hate these artillery beasts. But we should have a lot of power to get from this area. We should have a lot of power to get from this area, right? Or? We should have a lot of power to get from this area. But... Yeah. Oh. It looks like we should have here... ... ... ... ... ... ... ... Das muss ich mal ändern. Und mal reparieren gehen. Oh. Alien-Forschung. Alien-Forschung Level 1. Explosionswaffen, Granaten. So, das heißt, wir können jetzt auch hier lang forschen. Erntestation und Kultivator. Das heißt, wir können jetzt auch hier lang forschen. Kultivieren. Biomasse und andere Rohstoffe. Okay. So, machen wir mal das und das. Mal reparieren. Schlecht. So. Wo ist es in das Ding? Ah ja, hier. Radioaktive Wüste, säurehaltige Ebenen oder Vulkangebiet. Carbon und Eisen niedrig. Da gibt es noch einen geothermalen Schlot. Hier auch. Ja, was sagt eigentlich die Zeit momentan? Ein bisschen Hammer noch. Ähm. Windspeed is at a low today. Windturbines are less effective. Super. Ganz toll. Okay, wir haben diesen Angriff auf jeden Fall mal gut überstanden. Hier wird gepumpt. Hier wird gearbeitet. Wenn wir hier, ja, verwenden. Die Frage, wie weit können wir upgraden? Ah ja, hier können wir schauen. Anfälligkeit wissen wir noch nicht. Okay, da brauchen wir scheinbar noch mehr. Ähm. Was ist hier? Da brauchen wir... Entailed. Was brauchen wir aber dafür? Hauptquartier 4 brauchen wir dafür. Da müssen wir das Hauptquartier wieder upgraden. Das wäre dann... Hier. Was kostet das Upgrade? Sehr viel. Sehr viel. Ähm. Das ist für die Türme. Palladium und Uran. Ah ja. Gaskraftwerk. Das können wir mit unserer Technik bauen. Das werden wir mal hinzufügen. Grundlegende... Äh. Okay, bessere Miner. Werden wir auch machen. Wow. Dauert aber lang. Holy crap. Haben wir jetzt... Ja, wir haben schon zwei. Ah, es kann aber immer nur eine Forschung parallel laufen. Also wir können nicht parallel laufen lassen. Jetzt forscht nämlich das hier und die beiden nicht. Toll. Ganz großartig ist das. Ähm... Energie. Was ist? Die Sonne scheint schon. Los! Stellt sich auf. Endlich. Oh man, das hat unsere Energie nicht wirklich geholfen. Oh man. Okay, ähm. Dann sehen wir uns mal wieder um und schauen, ob wir mehr Proben sammeln können. Sollen ja schließlich hilfreich sein. Ja. Keine Proben. Biomasse sammeln wieder. Wundt. Sehr schön. Neues Spizios entdeckt. Und auch hier nix. Da kriegt man sowas. Ah, da ist wieder mein Wasser. Brennt. Und wieder nix. Ich brauche noch so viel mehr Storage irgendwann. Wir halten nicht viel aus, Gott sei Dank. Echt? Wir halten nicht viel aus Gott sei Dank. Wir halten richtig viel aus. Die explodieren auch noch, wenn sie sterben. Komm her da. Oh, Tams. Komm her da. Wow. Nehmt ihr überhaupt Schaden? Ja. Die. Gut, Freunde, aber das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.